Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu GrünHeld. Schön, dass du wieder einschaltest und ich würde sagen, wir starten gleich. Viel Spaß, wir spielen mit Kunikon. Und damit Hallo und herzlich Willkommen. Und der Daniel. Was geht ab, Daniel? Viel Spaß. Das für den Arbeiten war echt super ärgerlich. Ja, weil andauernd... Weil vor allem, du bist ja mir hinterhergelaufen, ich bin gleich im Gewege gelaufen wie du und mir passiert gar nichts und da war auch kein Hügel. Ja, und normalerweise, spätestens beim Waschen gehen die ja weg. Ja, ging nicht, gar nicht. Ich hab ein Park. Guck mal, ich hab ja dich und Kuni noch vorgelassen, bevor ich denn hinterher bin. Ja, das find ich eben komisch. Ja, da war irgendwas... Das wird trotzdem ne Folge, das sag ich euch. Ja, ja, klar. Sag ja, Staffel 1 beendet. Jupp, aller Anfang ist schwer. Direkt in die Seite. Hallo. Hallo. Junge mir ins Gesicht gesprungen. Direkt mal Bananen einsammeln hier. Ja, ja, ja. Das krasse ist ja, dass ihr beide die gleichen Klamotten habt. Hab ich auf dir gelb? Ja. Was liegt da an meinem Namen, oder? Da oben haben wir noch mehr Bananen. Perfekt. Läuft das Ding, oder was? Läuft, läuft. Ich hab nicht auf Pause gedrückt. Perfekt. Achso, und na dann? Wir sind vollkommen gesund. Und ich hätt gesagt, ohne groß Druck machen zu wollen, wir nutzen das, oder? Dass wir jetzt auch nicht großartig rumrennen, irgendwelche, irgendwelche Fische einswammeln, oder Been im Essen. Warte. Hilfe. Over. Okay, ich hab um Hilfe gerufen, keiner hat sich gemeldet. Gemeldet sich eh keiner. Mist, hat er gesagt. Fuck. Also, das hab ich genau gehört. Das hat er gesagt, echt? Das muss ich jetzt wieder rauspiepsen. Machst du? Ne, ich mach ab 18. Perfekt. Kokosnuss. Perfekt. Da kann man sich direkt eine Axt machen hier. Wissen wir jetzt alle, wie das geht. Äh. Ich schmeiß gleich ein raus. Nein. Ja, 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 ja. Na? Hau drauf. Nehm dir. Brauchen wir die Larven eigentlich nicht, oder nur zum Angeln? Äh, du kannst da eine Suppe draus machen. Das war jetzt merkwürdig. Ich hab die Larven eingesammelt. Und sie sind jetzt wieder gleich da gewesen. Es ist die gleiche Map, ne? Es ist exakt die gleiche Map. Es wird gar nicht verkehrt. Es ist nicht so das Dümmste, ja? Da wüssten wir schon mal, wo Ameisen sind, ne? Nicht zu groß bewegen, Flora, ne? Äh, Moment. Ich muss da auch nochmal kurz... Hallo? Hört mich jemand? Hier ist die Axt. Dankeschön. So, Flora. Ich folge. Äh. Falsch. Ich folge. Okay, perfekt. Dann... Oh, echt? ...woll dich drauf schauen. Okay, niemand kann uns sehen. Bla, bla. Alles klar. Oh, nein. Das ist aber nicht alles gleich. Sie hat es geschafft. Hooray. Yay. Die Tiere sind nicht alle gleich. Zum Beispiel ist keine... Keine Schlange mehr da. Genau. Maus. Das heißt, die Ameisen sind wahrscheinlich auch woanders. Okay. Aber das ist ja nicht schlimm. Solange du hier laufen kannst und... Alles gut geht. Oh, die finde ich so süß. Viel. Geh mal da runter, Guni, und jag den mal. Der macht so geile Geräusche. Nein, lass das Murmeltier in Ruhe. Oh. Guni. Oh, wenn du es triffst, machst keine Geräusche mehr, natürlich. Klinge erforderlich. Oh, no. Zwei Steine. Zwei Steine, haben wir das? Ja, warte, ich mach. Wir killen doch nicht einfach alles. Hallo? Ja, gut essen. Ach, Quark. Werdet vegetarisch, bitte. Der macht aber schon Geräusche, ne? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Noice. Okay, ich würde sagen, wir gehen trotzdem kurz da unten lang, weil ich muss mich einmal waschen. Ja. Haben wir Flora verloren? Oder... Flora sammelt Pülze. Achso. Lass nur auf, wo du hintriffst, ne? Ah. Nein. Ist nicht... Gar nichts los. Er fährt jetzt. Ich wollte gucken, ob ihr hinhört. Weißt du? Das geht nicht. Solche Dinge, das tut man nicht. Okay. Mann, Mann, Mann. Ich hätte schwören können, hier standen wir unsere Base. Ja? Ja, frühe. Das war ja davor. Also wenn wir noch jung und dumm waren, weißt du? Jetzt sind wir nur noch jung. Jetzt sind wir nur noch dumm. Jung, hallo. Ja klar. Aber anstatt hier eine Base zu bauen, würde ich sagen, gehen wir hier einfach hoch, oder? Ja, ich würde auch sagen. Wo bist du denn? Siehst du das Tier da links? Auf dem Stamm? Ja. Ein Riesending. Das ist so ein Beep oder so? Oh, da unten wären die ganzen Schnecken. Ich nehme die noch kurz mit, ne? Nein, nein, nein. Dann kannst du mitnehmen. Pass auf die. Oh, ach du, Frösche. Das ist eine Krabbe. Die ist lang. Ups, die macht gut Essen. Wo ist die hin? Kann ich die mit der Axt töten? Ja. Wenn du schaffst. Die ist richtig schnell. Wie gesagt, wir nutzen das noch, weil noch sind wir ja alle recht ausgewogen ernährt. Denk an den Stachelrücken. Ich hole noch kurz diese Schnecke hier und dann ab dafür. So. Tagebuch-Eintrag. Alles klar. Also wir sind jetzt, ne? Herr Reisführer, ich hätte mal eine Frage. Wo müssen wir lang? Ich bin den Stamm da hoch. Ja, ich bin bei dir. Und dann gerade auch. Okay. Er redet halt nicht viel, ne? Ja, ich bin echt. Also ich weiß ja nicht, wo es lang geht. Ich gucke ja nur, dass der nicht irgendwo reinlauft. Guck mal, hier ist ein Papagei. Wenn was tot am Boden liegt, dann darf man das mitnehmen, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, Wildschwein? Ich glaube, die wehren sich, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich denke doch. Also normalerweise. Ich weiß ja nicht, wie das im Spiel abläuft. Bestimmt wehren die sich. Papagei wieder. Mitnehmen. Perfekt. Dann, Dorf. Mein ist. Ich bin hier. Was nice. Daniel? Ja, ich folge. Weißt du, ich glaube, das war so... Das Ding, wo wir halt... Das ist das, Dorf. Das war das Ding, wo wir halt... Daniel, hier ist die Katze. Das kleine Kätzchen. Katze? Ja, die uns nicht so mochte. Katze? Daniel. Eine richtig große Katze. Ich bin hinter dir. Ach, auf Katze. Ja, das ist hier. Ja, das gehört zur Story. Ich habe ein trockenen Gestell. Und da hinten, wenn mich nicht alles täuscht, sind hier hinter diesem Lager richtig viele Bananen. By the way. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Topf hier? Tagebucheintrag. Kleines Feuer brauchen wir. Tagebucheintrag. Lesen. Ich würde sagen, ich lese einmal kurz. Ja. Frage. Was ist los? Wo ist Mia? Hat sie mich aus einem Indiodorf angefunkt? Wovor hatte sie Angst? Wovor bin ich weggelaufen? Fakten. Es ist der 33. Expeditionstag. Mein Tagebuch ist klatschnass. Ich habe keine Vorräte und Mia antwortet nicht. Das ist das. Suche Hilfe und untersuche das Stammesdorf. Soweit momentan unsere Aufgaben. Man kann hier in den Hängematten pennen, zum Beispiel. Das ist sehr stark. Ich habe ein Knochenmesser. Hier hinten ist eine Spinnenfalle oder so. Ja. Hat einer von euch Stöcke? Da ist auch eine Spinne drin. Äh, Flora? Ja? Guck mal, hier ist im Feuer ein Rucksack. Eine Karte. Nimm die mal bitte. Cool. Weißt du das, Daniel? Kann ich mit dieser Falle, die Spinne irgendwie... Falle? Brande Seiten. Ja, hier hinten. Komm mal mit. Ach du Herrje. Daniel! Warte. Es ist viel zu lesen. Ich glaube, du kannst die nehmen, ja. Die Spinne einfach nehmen? Ja, ja, nehmen. Hast du? Perfekt. Du kannst die... Also, ich würde sie nicht essen, um auf die Karte zu schauen. Okay. Du kannst sie kochen. Ich weiß aber nicht, ob du sie dann essen kannst. Vielleicht ist sie auch nur gegen, äh, Ding. Irgendwie hilft das wahrscheinlich, ne? Ähm. Infektion oder so. Es ist sehr viel zu lesen. Soll ich machen, oder willst du, ich meine... Das wäre lieb. Echt jetzt? Okay. Okay. Für alle religiösen Rituale und Heilungszeremonien der... Ja, Bahua-Ka-Stamm, äh, des Bahua-Ka-Stammes, wird ein halluzinogenes Gebräu benötigt, das Ayahuasca genannt wird. In der Quebeker-Sprache bedeutet es, die Jane der Seelen. Kurzum, wir müssen das machen. Hab ich. Ich bin bei. Echt jetzt? Ja, guck hier. Wir müssen, damit wir spirituell ready sind, uns jetzt einmal komplett voll dröhnen. Nice. Das ist absolut das Beste, was man machen kann, wenn man irgendwo im Urwald ist und nicht weiß, wovon hinten ist. Absolut. Ich meine... Hat jemand Feuer? Äh, jetzt im Moment? Schwierig. Wäre halt auch so das Erste, was ich tun würde. Kann er sich hier irgendwo wegknallen? Ja, ich meine... Kann ein paar Pilze nehmen, einfach mal testen. Oh nein, er ist im Dschungel gestorben. Wie lange war er denn dort? Drei Minuten. Aber die hat er voll reingezogen. Schön. Ach Gott. Hat er eine Lupe? Nee, ne? Nee. Nee. Hat eine vielleicht... Ähm... Ein Vogelnest? Ja. Direkt gefunden. Ich bring's dir vorbei. So, da sind wir. Daniel, ich mach jetzt an. Ja, mach mal an. Komm und dröhne dich zu. Drück RBM. Dazu drehen. Alles klar? Hast du schon alle Zutaten, oder was, dafür? Hier steht, ich soll nur ein kleines Feuer machen. Okay. Ja dann. Hau mal ran. Bist du denn da? Ja, ja. Direkt links von dir. Lass uns mal zudröhnen hier. Ich bin sowas von bereit. Ich bin... Ich bin immer bereit. So, geht los. Okay. Da muss noch was rein. Ja, ja. Was Rotes? Ah, es ging weiter im Tagebuch. Ist das das Dorf? Wo sind alle? Keine Anzeichen von Eingeborenen oder mir. Verbrannter Rucksack, Buch, Notizen und Karte. Wem gehört das alles? Koordinaten? 46W, 26S. Uh, da müssen wir hin. Ich hab übrigens noch ein Ei gefunden. Ich glaub nicht, dass das da rein muss. Ah ja, hier. Was muss denn da rein? Psychotriga. Oh Gott, was ist das denn? Was ist das? Ja, keine Ahnung. Tagebuch vielleicht? Das sieht so ein bisschen wie der Pilz aus, ne? Es wäre zu einfach, wenn das direkt diese Pflanze wäre, ne? Ja, das wäre lustig. Das muss hier irgendwo sein. Ja, auf jeden Fall. Psychotriga. Ja, wenn du nah rangehst, dann zeigt er dir, was noch fehlt. Ja, ja. Hier, da. Ach, das sind die roten Bären. Was? Hast du da nicht schlechte Erfahrungen mitgemacht? Ich hab sie noch nicht gekocht. Ne? Wie sind sie? Was? Ah? Achso. So. Na dran? Schau mal, warum wir ihn mal treffen, ne? Wie mach ich denn die jetzt da rein? Mit E einfach, oder? Ich nehm an. Äh, sind's die doch. Ne, die sind jetzt unten im Feuer. Ja? Warte, ich hol die mal. Ich glaub, ihr müsst kurz weggucken. Da hab's mit. Ja. Nein, stinkt. Oh lala. Ui, ui. Sehen wir jetzt, treffen wir jetzt Elvis? Könnte sein, stimmt. Wahrscheinlich, ja. Ih, guck dir mal die Suppe an. Wie sieht die denn jetzt aus? Alter, lecker, lecker Süppchen hier. Boah. Habt ihr auch was getrunken? Hey, was machst du hier? Ich seh da jemanden, ne? Oh, ja, hinterher. Ich seh niemanden mehr. Hey, hey, warte. What? Da. Ich geh einfach mal hinterher, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, wir rennen alle hinterher. Alles klar. Oh, wie geil. Oh, ha. Oh, mein Gott. Seid nicht alle so ruhig, sonst schäme ich mich, dass ich hier... Oh, wie das alles verschwommen ist. Hülle. Ja, so eine Art, ne? Äh, jetzt geh ich da rein, ne? Oh! What the hell? Hey, Kind! Wow, was ist das denn schönes? Wo bist du denn? Wow, wow. Wo, wo bin ich? Ich bleib mal hier. Nee, ich will nicht hier rausgehen. Wow. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ein Trip. Und natürlich heisst sie so wie die Tochter meines Bruders, weisst du? Oh, Mann. Was ist das denn? Hello? Do you remember how we got here? Bia? Ist das du? Du musst sie berühren. Erstens, Kontakt ist immer schwierig. Oh nein! Sie sind extrem wehren. Ich erinnere mich nicht. Ich habe nichts zu tun. Du bist auf mich. Ich bin aus dem Tent und... Sie müssen sie sein. Die Zivilisation wird sie töten. Und wir haben es sogar nicht wahrgenommen. Mia? Baby, es wäre besser gewesen, wenn ich gerade sterbe. Mia? Was ist soari. Ich werde nicht mehr sterben! Sie sind soari. Ich werde keine Knie. Mia? Ich... Ich werde nicht bedrehen. Ich bin nicht das. Soれ kommt dann! Many tribes were wiped out, and the rest moved even deeper into the jungle. Chief Kuhini went on and on about whole generations of his ancestors being decimated. Until they received a gift from the jungle. And me? Naively, I assured them about our good intentions. Just find me. They trusted us. Embraced us as their own. They even shared their secret with us. Oh, my God. What have we done? I just want to... Jake, komm her, bitte! Ich brauche dich! Mia, warte, ich bin hier! Wow! Hallo! Ich habe keine Ahnung. Vielleicht das Camp? Hm? Hm. Oh, das Stadt. Ich habe vor kurzem ein Tribal-Village gefunden. Es ist aber auch gesessen. Ich bin nicht sicher, warum. Ist es ein großartiges Stadt? Nein, eher klein. Nur ein paar Hutschen. Wenn es nicht die Hauptstadt-Village ist, könnte es irgendwo sein. Wir haben nie alle Campsiten gefunden. Hey, hey. Es muss noch ein anderes Weg sein. Ich habe eine Karte gefunden. Es ist halb verbrannt, aber es ist eine Location. Lambda-2. Ich bin nicht sicher, was es ist. Hast du? Nein, ich glaube nicht. Kannst du da kommen? Ich werde nicht versuchen. Hallo. Du sagst mir. Du hast mich verlassen. Mia? Noch nicht ganz? Du kommst wieder? Du verbringst dich. Oh, Hilfe! Die Batterie ist tot. Okay, neuer Eintrag. Die Batterie ist leer, hä? Ja. Die Batterie ist leer. Und Funk, ja. So, das war mal ein Höllentrank. Ich möchte ihn nie wieder trinken. Wie mach ich nochmal einen Speer? Man kann nochmal funken. Was? Man kann nochmal funken mit Tee. Ja. 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 Oh mein Gott. Ich schreie mich hier. Warum gingst du silent? Was ist passiert? Die Batterie stirbt. Ich musste sie schrauben. Und... Wir können nicht lange sprechen. Nur erzähl mir, wo du bist. Ich finde dich irgendwie. Ich? Ich sagte dir. Ich bin sicher. Lass uns auf dich fokussieren. Okay? Rapporte alles. Ich werde immer hier für dich sein, wenn du zu sprechen musst. Okay. Gut gemacht. Over and out. Hey Mia. About this village I found. Yeah. What about it? Sehr, sehr strange. Super. Könnte man jetzt die ganze Sache noch durchreden, ne? Aber hattest du nicht Koordinaten gefunden? Ja. Sollten wir vielleicht da? Der hat ja auch was von Lambda 2 gesagt. Also das ist das glaube ich. Die Koordinaten oder das hier? Ko-o-o-dinaten. Ja. Okay. Ich verstehe. Ja. Okay. Ich verstehe. Und bis morgen. Bye. Bye.